Heute war der Grand Slam Final. Das war dieses Jahr ein sehr cooles, spannendes Format. Wir sind insgesamt fünfmal gerennt, fünf kurze Einsätze. Drei waren am Morgen im Wald und zwei am Nachmittag hier in Kirchberg in Urbahnen gelandet. Bei den ersten vier Läufen konnte man Bonuss-Sekunden sammeln, die man am letzten, die Jagdstarke ist, gebraucht hat. Ich habe im Oktober die Trainingspause gemacht. Dann bin ich hierher gekommen und habe jetzt schon wieder zwei, drei Wochen trainiert. Darum habe ich mich gefreut auf den Wettkampf heute. Morgen im Wald hatten wir drei Runden. Dann habe ich am Nachmittag im Sprint den Vorsprung, den ich am Morgen Coach gehalten konnte. Es freut mich, dass ich hierher bringen konnte. Ja, ich weiss nicht so genau, was heute los ist. Irgendwie hat es heute alles gestimmt, technisch und physisch. Ich konnte die vier Vorläufe alle gewinnen, sodass ich dann eine sehr grosse Fortschrung im Finale habe. Aber ich konnte das dann eigentlich gut nach Hause bringen und bin mega glücklich. Ja, wirklich auch überrascht über den heutigen Tag. Irgendwie hat es heute mit mir immer bed easy zu finden. I.